Das bleibt mir gut! Ey, lasst alle ein Like bei Leila Chupong da. Ich küsse dein Auge für deinen Vlog. Was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Dem wahrscheinlich letzten Stadionvlog in diesem Jahr. Ich bin im wunderschönen Hamburg. Ihr seht, der Himmel ist grau. Daran erkennt man Hamburg eigentlich schon immer. Und heute gucke ich mir das Playoff Halbfinale an. Die Tirol Raiders sind zu Gast in Hamburg. Ich habe den Weg auf mich genommen und dachte mir, Ey, Hamburg muss ich sehen. Ihr wolltet sowieso, dass ich mal nach Hamburg komme. Deswegen habe ich die Chance genutzt. Und das geilste Spiel, das wahrscheinlich dieses Jahr in Hamburg stattfinden wird, mitgenommen. Deshalb, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Und let's see, wer heute ins Finale der European League of Football einzieht. Viel Spaß! An dieser Stelle auch hier ein riesen Dankeschön an die Hamburg Sea Devils, dass ich im Stadion sein darf. Dass ich zur Pressetribüne darf. Ich darf sogar in den VIP-Bereich. Ist nicht selbstverständlich. Und ich bin wirklich sehr dankbar. Vielen, vielen Dank! Hey, hr. Hamburg! Nur Finnal! See Devils! Pow 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 pow! Es dauert jetzt noch rund 45 Minuten, bis das Spiel losgeht. Ich sitze auf der Presse-Kribüne, das ist im Endeffekt über den normalen Plätzen auf Höhe der 50-Yard-Linie. Ich bin gespannt, was ich für Aufnahmen bekomme. Ich habe schon mit ganz, ganz vielen Jungs von den Hamburg Sea Devils gesquatscht. Die sind alle ready, die haben Bock. Glenn Tunga sagt, er ist ready. Fühlt sich so gut wie noch nie. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich habe keine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich glaube, es wird knapp und ich hoffe einfach, dass es ein geiles Game wird. Am besten fünffache Overtime. Wobei, eine fünffache Overtime wäre blöd, denn dann verpass ich meinen Rückzug. Aber ich bin high. Eine Sache, darüber habe ich mich am meisten gefreut, ist, ich habe heute endlich mal persönlich Dennis Brunz kennengelernt. Shoutout an dich. Ich danke dir von ganzem Herzen. Falls du dich fragst, wofür, dankst du ihm. Dennis arbeitet bei Unfair Athletics. Ich weiß nicht, vielleicht gehört es ihm sogar. Und ich stelle Klamotten her. Ich kriege seit Wochen regelmäßig Klamotten von ihm. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Check die Jungs auf jeden Fall aus. Ich persönlich mag die Klamotten super gerne. Und ich danke dir von Herzen, Bruder. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Spiel. Wir sitzen jetzt gerade im VIP-Bereich und essen noch was vor dem Spiel. Das ist ein ultimatives Plus. Auch hier nochmal vielen, vielen Dank an die Hamburg Sea Devils. Und guten Hunger. Ratet mal, wer den Einlauf verpasst hat. Weil das Spiel um 14.45 Uhr losgeht und nicht wie jedes andere um 15 Uhr. Und ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ich schön gegessen habe. Ja, genau währenddessen sind die eingelaufen. Ich habe nur einen kleinen Clip. Wie viele Sie begrüßen, diese molto Wie viele Sieger undestabbt hat hier. Wie viele Sieger und Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das erste Quartus Rumpf, Hamburg führt 10 zu 0 Und spielt wirklich großsolide Also Tirol hat bis jetzt noch gar nicht den Ball gemovt Außer an den Returns, die sind sehr, sehr nice Moritz Mark im ersten Rally verletzt Und Salli Sisse seitdem auf dem Feld Sehr, sehr geiles Game Hamburg sieht sehr nice aus Und die Ballen von der zehn ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Let's go, baby. Let's go, baby. Let's go, baby. Hey, let's go, baby. Hey, hey. Hey, ring us. Ring us. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Sind wir uns schlagbar oder nicht? Beste Tiefenstrategie! Ich spiss dein Auge für deinen Block. Ich spiss auch deine! Hey, bleib mal stehen! Ich spiel deinen Rücken! Das kannst du mit einem Breakdown machen, Digga! Inside Move! Abel 70! Hat einen super Job gemacht, gerade das Spiel. Ich bin im Dreiteck gegangen, lande auf, Digga! Ey, ihr wisst selber! Supportet den Bruder Lane, ne? Liken! Glück! Wieder zurück! Der Junge macht einen kranken Job, Digga! Ihr müsst da rauf! Ich sag euch, wie es ist, das war's mit dem Video. Hamburg gewinnt, du sagst Finale? Finale, ich brauch diesen Rücken! Meine Hand ist so nackig, ne? Ich brauch diesen Rücken! Hast du noch nie einen Ring gewonnen? Oder noch nie? Imagine, man hat noch nie einen Ring gewonnen! Schau, Digga! Mach mal Kamera! Ich brauche den Rücken! Aber die ist der Rumble da! Ich bin immer zweiter geworden! Ah, Bro, imagine zweiter werden! Ey! Boah! Ey, ich... Somebody! Get drunk today! Ich sag's euch, wie es ist, das war's mit dem Video. Danke für's Einschalten! Passt auf euch auf! Ciao! Ciao!